Aber wie geht's weiter dann? Mach mal den hoch. Hm? Den hoch? Den linken? Welchen? Den? 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 Ja, genau. Ja, aber dann, wir müssen irgendwie wieder dort rüberkommen. Was ist das Problem? Warte mal. Oder wir versuchen mal die wegzukriegen. Okay. Das wär mal ne Idee. Aber wie machen wir das mit dem anderen? Hm. Nee, da kommen wir dann nicht mehr weiter. Aber wie wär's, wenn wir... Also wenn wir erstmal diese beiden oberen... So. Wie kriegt man den weg? Ach so, ja. So. Das Problem ist jetzt, sind wir dann... Hm. Darf ich nochmal? Ja, mach mal. Wie hast du das gemacht? So. Und dann den oben. Oder den. Ja. Das hatten wir aber schon. Ach, jetzt sind wir wieder da. Ja, jetzt sind wir wieder bei dieser schönen Figur. Das seh ich auch so. Das wär wieder das Häuschen. Nee. Na, das ist wieder der dann. Ja, ja, ja. Das gibt's doch gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Scheißrätsel. Richtig scheiße ist das. Aber komm, wir kriegen das irgendwann noch gebacken. Wir kriegen es hin. Nach zwei Stunden, drei Stunden Aufnahme. Jetzt kommen langsam diese Rätsel, die so kacke sind, oder? Ja. Allen voran das hier. Ach, ich hasse es. Wenn das hilft. Naja, aber immerhin. Vielleicht hätten wir's anders anstellen können, denn was? Ach nee, wir sollen ja den mit dem anfangen, so oder so, ja. Ja, es heißt ja nicht, dass es nicht anders vielleicht auch funktioniert, oder? Warte mal. Als erstes solltest du die Kugel direkt unterhalb der Bretten wieder bewegen. Ja. Was ist die denn? Also sollten... Also ich denke mal, wir müssen. Das kann auch was werden hier, ey. Wahnsinn. Ah nein. Die machen wieder immer die gleichen Figuren. Ja. Sind die nicht höchst? Irgendwo mal was essentiell anders machen. Nee, sind sie nicht? Nee. So, bitteschön. Ja, zwei. Essenziell was anders machen. Das geht gar nicht, das können wir nicht. Dafür sind wir zu... Du. Richtig. Du sprichst mir aus der Seele. Also entweder... Nee, es geht aber nur aus mal das oder das. Stimmt, lachen sich schon wieder alle über uns kaputt, was wir hier für den Hochs machen. Passiert. Ähm. Das ist anders. Das ist anders. Das ist anders. Aber das ist irgendwie am Ende dann doch nicht so. Nee, geht ja wieder wieder. Oder? Nee, da kommen wir wieder auf D2. Ach, ey. Jetzt komm, mach du mal. Ich mach jetzt einfach mal wahllos irgendwas, was mir so in den Sinn kommt. Ja, dann hast du wieder das. Dann hast du wieder zwei. Ich denke jetzt einfach mal nicht nach. Dann klick einfach irgendwas rum. Na, den würde ich nicht. Nein, das... Das so... Nee. Das war jetzt schlecht. Aber schick. Ja, schick, aber schlecht. Genau. Einfach mal gewisse Figuren legen aus der ganzen Sache. Würde wahrscheinlich schneller gehen, als das zu lösen. Das ist so. Tja, welches davon jetzt... Nein! Also das... Langsam wird's bescheuert. Ey! Das hat man noch gesehen, dass das nicht geht. Man kann die nicht so weit rausschicken. Ja, man kann's ja mal versuchen. Haben wir den schon mal nach unten gemacht? Ja, hatten wir schon mal. Mal sehen vielleicht. Es kommt uns auf einmal ein Geistesblitz. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube, ne... Hat ich ein Ding erzählt? Nee, dann kommt wieder sowas schräg über schräg und das... nicht gut. So. Hast du das wieder? Ja. Hatten wir auch schon öfter. Oh, wie schön. Wie schön. So, komm. Jetzt nochmal den da hin. Dann. Den da hoch. Dann... Wir haben aber was essenziell anderes. Es war was Neues. Ja, das stimmt. Es ist ein... Y da. Ne. Nicht richtig. Nicht so wirklich. Oh. Wieder das. Nicht ganz. Okay, jetzt ist es noch schlimmer. Aus dem anderen Netz wenn es noch zwei rausbringen können, jetzt bleiben wir eigentlich nicht. Oh Mann. Das gibt's doch gar nicht. Ne. Das gibt's nicht. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Das sieht aber hübsch aus hier. So, 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 so. Toll. Ja. So, nur so von der Form her sieht's hübsch aus, ansonsten das ist echt kacke. Das gibt's doch gar nicht. Ne, gibt's auch nicht. Da kommst du wieder auf die gleiche. Ja. Ach ey. Alter. Was für eine Kicke. Ich hab keinen Bock mehr auf mich reduziert. Ich auch nicht. Wir müssen mal aber durchmachen. Komm, hier haben wir das. Mach mal... Nee, was... Den... 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 Den unteren vielleicht. Wohl. Wieder die zwei. Ach, ey. Moi. Das darf doch nicht wahr sein. Gibt's denn irgendwelche Regeln, die wir einhalten können? Am Ende... Gegen Ende. Ich glaub, wir sind einfach zu dumm. Das sowieso. Ach, das ist dir noch nicht aufgefallen. Oh, das tut mir leid. Ne, du bist offenbar nicht dumm genug. Denn wenn du dumm genug wärst, wird's dir nicht auffallen. Ja, stimmt, stimmt. So wie bei mir. Aha. Hm. Den oder den. Oder doch was anderes. Ne, was anderes denke ich eher nicht. Auch nicht. Ich auch nicht. Den nach oben zu legen, das bringt nichts. Warte mal. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wieder runter. Na, oh. Also... Dann ist es. Dann ist es. Dann ist es wieder vorbei. Dann sind es wieder vierer. Und sie übrig. Ja. Mö. Mö. Ich hätte gerne einen Krabbensaft. Ich hätte gerne Pause. Nein. Nein. Dann können wir aus dem irgendwas machen. Nee, das ist falsch. Das kann nicht gehen. Das geht nicht, genau. Du kannst nur die mittleren nach außen machen, dann ist es schon vorbei. Oder die beiden oberen nach außen? Also auch vorbei. Mir geht das nicht. Machen wir mal einen noch so hier. Hm. Nein. Oder? Nee. Äh, nein. Geht nicht. Ja, können wir so machen. Da haben wir ein Häkchen. Toll. Ja, ein Häkchen. Ein tolles Häkchen. Es bringt uns nichts, aber es ist schön. Es ist ein Nesthäkchen. Wo hast du hier das Nest gesehen? Ja, okay, wenn man es deutet so. Nein. Aber trotzdem, es muss doch gehen. Wird schon ganz zitterig. So, ähm. Ähm. Das funktioniert glaube ich nicht. Aus dem Spiel entfernen, dann geht's. Ah. Das hat man auch schon mal probiert. Das gibt's doch gar nicht. Das sind doch nur sechs, neun, zehn, elf Kugeln. Elf Kugeln. Das heißt, wir mussten in zehn Sprünge fertig sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir müssten bei jedem Sprung eine Kugel entfernen. Ja, das sowieso. Zehn Sprünge, das ist doch so wenig. Das muss doch machbar sein. Ja. Mal zehn richtige Sprünge zu machen. Nein. Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht mehr. Aber wir machen irgendwie immer die gleichen Sprünge. Oh nein. Das hatten wir ja schon mal. So. Ähm. Dann machen wir doch mal das. Nicht. Ja, das hatten wir auch schon mal. Ne, das geht nicht. Weil wenn wir dann so... Genau, dann gehst du hoch und hast du wieder dieses Männchen. Ja, ja. Oder? Das, was dem überhaupt noch geht. Hm. Ich hebe wieder zusammen. Ja, mach du. Hatten wir das schon? Ich weiß es nicht. Oh gut. Das war gar nicht gut. Ja, hatten wir. Ah. Ah. Altbekannt. Jetzt probierst du es andersrum. Du machst den gleichen Fehler nochmal. Ja. Neu. Ah. Der Ansatz war schon glaube ich gar nicht. Also es war mal was neues. Wie habe ich denn das gemacht? So. Und so. Wie habe ich denn da weiter genommen? Weiß ich nicht. Warte mal. So. Ach so. Ah. Und so und so. Hm. 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 Das hatten wir auch noch nicht. Das hatten wir auch noch nicht. Ne. Oh das war schon ganz okay. Oh das war schon ganz okay. Hups. Ja probieren können wir jetzt. Oh ich will den da haben. Ah. Ne. 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 Also wenn wir einen da hoch stellen sind wir glaube ich falsch. Mach du wieder. Hm. Ich mach wieder. Hm. Hm. Fräge sich jetzt. Hm. Geht's weiter. Wie lange machen wir an dem Scheiß jetzt schon wieder rum? Halbesteine? Ich denke schon. Hm. Nein. So auch nicht. Hm. Ne. 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 Selbst wenn ich jetzt noch... Ich glaub es geht jetzt schon wieder nicht mehr. Ne. Irgendwann gibt's den Moment ab da es nicht mehr geht. Und ab dem... An dem Moment müssen wir was anderes machen. Ja. Hm. Ab hier geht's schon nicht mehr. Na. Also wenn wir hier was rausnehmen, ich glaub dann gehen die schon nicht mehr richtig. Hm. Das ist sehr unwahrscheinlich sag ich mal. Oh nein. Wir waren da so schön weit schon mal. Bestimmt. Ne. Waren wir eigentlich nicht. Ne. Nicht wirklich. Ne. Es macht ja keinen Unterschied ob wir es nicht schaffen oder überhaupt nicht schaffen. Vielleicht kriegen wir das alles. So. So. Ach das hatten wir ja schon mal oder? Oh nein. Ist wieder das. Ja ok hast recht. Sollten wir das dann irgendwann mal beschleunigen. Ja. Und jetzt haben wir das wieder. Mann. Ich glaub aber meine Zeitraffer Musik macht hier nicht viel Sinn. Möglicherweise. Aber sie klingt so toll. Hm. Wie geht denn das? Am besten eben. Also ich glaub wirklich dass wir hier am Ende dann dort sind. Kann sein. Muss aber nicht. Ja. Beim ersten war es so ne? Ja. Beim ersten sind wir dort in der Medan gekommen. Aber das muss glaub ich nix heißen. Es gibt bestimmt auch mehrere Möglichkeiten das zu lösen denk ich mal. Hm. Jo. Schon allein zwei weil es ja symmetrisch anfängt. Allein schon deshalb muss es mindestens zwei Möglichkeiten geben. Ach ey. Ach man ey. Warum? Oder doch mal? Nee quatsch das war ja falsch. Also wir müssen mit dem anfangen wie es aussieht. Das sind sie bei mir schon vor zehn Minuten. Das kann doch nicht sein. Pass auf ich mach jetzt mal ein Experiment. Ja mach ich ein Experiment. Ja mach ich ein Experiment. Ich halt mal das. Ich halt mal. Jetzt komm.